Von hier an Mona, damit unsere Energiewende die Kurve kriegt und beim Thema Generationengerechtigkeit niemand mehr alt aussieht. Bahn geht besser und Bildung geht zeitgemäß. E ist das A und O, also Angebot und Orientierung und gute Aussichten, aber mit Rücksicht. Von hier an grüne Jobs für schwarze Zahlen, damit über NRW die Sonne scheint. Direkt auf die Solarpanels auf jedem Dach. Von hier an Bäume verwirklichen und unseren Reichtum bewahren. Vorhang auf für Kunst und Kultur, der niemand mehr die Show stiehlt. Mona macht morgen für unsere Zukunft, die heute auf dem Schulhof tobt und auch nach dem Mittagessen noch zu Tablets greift. Von hier an Bock auf Besser und Bock auf Veränderung. Mit einem klaren Plan, setzt euer Kreuz für Queer und für Wohnraum, den man sich leisten kann. Um endlich da wohnen zu können, wo du leben willst. Von hier an Mona, die richtige Wahl für eine wichtige Wahl. Die grünen NRW.